Wie weit sind Sie bereit, für die Liebe zu gehen? Manchmal bringt ein leichtes Gefühl Menschen dazu, untypische Dinge zu tun und einen Menschen zu verändern, und das nicht immer zum Guten. Der 30-jährige Grant Amato lebte bis vor kurzem bei seinen Eltern. Außer seinem eigenen Bruder hatte er nie Freunde. Seine einzige Leidenschaft war eine Frau von der Website, und sie war der Grund für die Tragödie, die sich in der Familie ereignete. Die Geschichte spielt in Chuluoto, Florida, einer winzigen Stadt mit knapp 2000 Einwohnern, nur eine kurze Fahrt von Orlando entfernt. In einem der Häuser lebte die Familie Amato, Margaret und Chad. Margaret hatte einen Sohn aus einer früheren Ehe, Jason, der erst drei Jahre alt war, als Margaret und Chad heirateten. Die Familie stand sich sehr nahe, und Jason betrachtete Chad von Kindheit an als seinen Vater. Bald kamen zwei weitere Söhne zur Welt, Cody und sein jüngerer Bruder Grant, der am 20. Mai 1989 geboren wurde. Die Jungen waren altersmäßig kaum verschieden, und so wuchsen sie als beste Freunde auf, machten alles zusammen, gingen in dieselbe Schule, schauten dieselben Filme und trieben dieselben Sportarten. Besonders gern spielten sie Fußball. Cody und Grant wählten sogar denselben Beruf. Sie wurden beide Anästhesieassistenten. Die Familie Amato war ziemlich wohlhabend. Sie wohnten in einem großen, schönen Haus und hatten sogar einen Stall, in dem Margaret Rennpferde hielt. Beide Eltern hatten angesehene Berufe. Margaret war Betriebsleiterin in einem medizinischen Unternehmen und Chad war klinischer Pharmazeut und Computertechniker. Finanziell war in der Familie Amato alles in Ordnung, aber die Beziehung zwischen den Angehörigen war alles andere als ideal. Laut Grant war sein Vater sehr anspruchsvoll und anmaßend, beleidigte manchmal Margaret und konnte seine Frau herumschubsen. Als Grant und Cody alt genug waren, um ihre Mutter zu beschützen, verließ der älteste Sohn Jason das Elternhaus. Er war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Trotzdem war er immer willkommen. Als Jason seine eigene Familie gründete, wurden die Besuche bei den Eltern immer seltener, aber Cody und Grant waren weiterhin beste Freunde. Sie unternahmen nach wie vor alles zusammen, von Spielen bis hin zum gemeinsamen Training und sogar zur gemeinsamen Arbeit. In der Familie Amato gab es noch ein weiteres Hobby, das die Männer zusammenbrachte. Beide Brüder und ihr Vater waren sehr vernarrt in Waffen und hatten eine eigene Sammlung im Haus. Sie gingen oft zusammen auf den Schießstand und Cody und Grant hatten sogar ihre eigene Strikeball-Liga. Cody war schon immer sehr gesellig gewesen und hatte viele Freunde. Grant hingegen war oft zurückhaltend, schüchtern und verschlossen. Außer seinem Bruder hatte er keine Freunde. Grant lebte mit seinem Bruder im Haus seiner Eltern und es gefiel ihm, er wollte nicht ausziehen und ein unabhängiges Leben beginnen. Die Jahre vergingen und nichts änderte sich. Und warum sollte man auf den finanziellen Komfort verzichten wollen, den einem die Eltern gegeben haben? Doch im Jahr 2011 begannen sich die Dinge zu ändern. Grant hatte seinen Abschluss an der University of Central Florida gemacht und Cody hatte im Jahr zuvor seinen Abschluss gemacht. Beide Eltern arbeiteten im Gesundheitswesen und unterstützten ihre Söhne finanziell, bis sie anfingen, selbst Geld zu verdienen. Grant war jedoch offensichtlich nicht sehr zufrieden mit seinem Job oder er hatte etwas anderes im Sinn. Im Juni 2018 wurde der 29-jährige Grant unerwartet verhaftet und wegen schweren Diebstahls von Arzneimitteln angeklagt. Einem Vorgesetzten war aufgefallen, dass acht Fläschchen eines starken Beruhigungsmittels fehlten, das für chirurgische Patienten bestimmt war. Diese Fläschchen wurden in Grants Tasche gefunden. Im Dezember desselben Jahres wurde die Anklage jedoch fallen gelassen, da es keine Beweise dafür gab, dass Grant die Fläschchen gestohlen hatte. Er gab an, die Medikamente für Patienten genommen zu haben, von denen er glaubte, dass sie sie dringend brauchten, und leugnete, sie für sich selbst verwendet zu haben. Im selben Monat unternahm Grant zusammen mit seinem Bruder und einem Freund namens Jericho eine zweiwöchige Reise nach Japan. Diese Reise markierte das Ende von Grants gute Beziehung mit seinen Eltern. Nach seiner Rückkehr fiel ihm auf, dass sein Vater sich aggressiv verhielt. Chad erklärte, dass es an der Zeit sei, das Elternhaus zu verlassen und unabhängiger zu werden. Jeden Tag, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, fing Chad an, mit seinem Sohn darüber zu reden, dass er eine eigene Wohnung haben und sein eigenes Geld verdienen müsse. Die Gespräche gingen in Streitereien über, Chad wurde laut, und Grant machte keinen Mucks mehr. Je mehr sein Vater mit ihm redete, desto tiefer fiel Grant in eine tiefe Depression. Wegen des Vorfalls mit den Medikamenten wurde der Mann entlassen. Seine gesamte Freizeit verbrachte er mit Computerspielen und YouTube-Videos. Wann immer er Geld brauchte, bat er seine Eltern darum. Als seine Eltern dies ablehnten, wandte sich Grant an Cody. Obwohl er nur ein Jahr älter war als Grant, lehnte er seinen Bruder nie ab, egal wie oft die Bitten wiederholt wurden. In der Tat hatte Grant geheime Leidenschaften. Er verbrachte viel Zeit auf einer Website für Erwachsene, auf der man Geld dafür bezahlen konnte, mit einem Webcam-Mädchen ein persönliches Gespräch zu führen. Auf diese Weise verliebte sich Grant in Sylvia, eine Frau aus Bulgarien. Sie waren sich nie persönlich begegnet, und das war ihr richtiger Name, obwohl dieser Name auch frei erfunden sein konnte. Die Camgirls gaben ihre echten Namen nur selten preis. Es war auf solchen Seiten nicht üblich, Details aus ihrem Privatleben preiszugeben. Grant war völlig verliebt in Sylvia. Es war keine zarte Liebe auf den ersten Blick, es war eine Besessenheit. Wo immer Grant sich aufhielt, zu Hause, auf der Straße oder einfach nur, um seine Post zu checken, schrieb er Sylvia und bat sie, ihm ein Video von ihr zu schicken. Er wollte kein Geld dafür bezahlen, es hinterließ einen unangenehmen Nachgeschmack. Er sah sich alle ihre Videos immer und immer wieder an und begann dann dafür zu bezahlen, sie live zu sehen. Sylvia gab ihm das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Die Frau machte nur ihren Job, sie mochte die Aufmerksamkeit der Männer und das Geld, und Grant glaubte wirklich, dass sie eine besondere Verbindung und Liebesbeziehung hatten. Er sah sich nicht als Käufer ihrer Dienste, aber er war es. Der Mann gab etwa 2500 Dollar pro Tag aus, nur um Sylvia online zu sehen. Später stellte sich heraus, dass Grant auch zu der Frau nicht ehrlich war. Er erzählte ihr, er lebe in seiner eigenen Wohnung und sei ein erfolgreicher, professioneller Gamer, so reich, dass er erst 10.000, dann 100.000 und schließlich 200.000 Dollar für Sylvia ausgab. Er nahm das ganze Geld von seinen Eltern und seinem Bruder, gab es für Reizwäsche für sie aus, kaufte Spielzeuge für Erwachsene und schickte ihr das alles an ihre Adresse. Grant liebte es, die Frau während der Videoanrufe anzuschauen. Er konnte sehen, wie ihre Augen beim Anblick der Geschenke aufleuchteten. Ende 2018 hackte sich Grant ständig in die Kreditkarten seiner Eltern, um diese Sucht zu befriedigen. Während einer Japanreise im Dezember, die Grant zusammen mit seinem Bruder unternahm, stahl er die Kreditkarte von Codys Freund Jericho. Als die Freunde das Hotel verließen, nutzte Grant das Geld, um ein paar Stunden online mit Sylvia zu verbringen. Im Dezember 2018 stießen Margaret und Chad auf ein Problem. Sie bemerkten, dass jemand regelmäßig ihre Bankkonten belastete. Der Verdacht fiel auf ihren jüngsten Sohn, aber Grant erklärte, dass er hart daran arbeitete, sein Twitch-Konto zu promoten, um Abonnenten zu gewinnen und sein eigenes Geld zu verdienen. Das war genau das, was die Eltern hören wollten. Doch Margaret und Chad merkten bald, dass sie betrogen worden waren. Es war der Anfang vom Ende für die Familie Amato. Am 19. Dezember, als die Brüder aus Japan zurückkehrten, führte die Familie ein ernstes Gespräch. Grants Eltern verboten ihm, jemals ihre Kreditkarten zu benutzen. Cody versuchte, ihn mit seinen Eltern zu versöhnen, aber es kam nur noch schlimmer. Grant wurde wütend, knallte die Tür zu, stieg in sein Auto und raste mit halsbrecherischer Geschwindigkeit davon. Margaret war sehr besorgt, sie fürchtete mehr als alles andere auf der Welt um die geistige Gesundheit ihres Sohnes. Also wählte sie die Notrufnummer und erzählte dem Disponenten von dem Streit und fügte hinzu, dass Grant sich in einem solchen Zustand umbringen könnte. Dies wurde durch eine Textnachricht bestätigt, die sie von ihm erhielt. Ihr Sohn schrieb, dass er von allem die Nase voll habe und das Problem auf seine eigene Art und Weise lösen wolle. Tatsächlich fuhr Grant zum Haus seiner Tante und hatte einen kleinen Unfall vor ihrem Haus. Die Tante bemerkte, dass ihr Neffe sehr deprimiert aussah. Sie lud ihn ein, ein paar Tage in ihrem Haus zu verbringen, versteckte aber vorher alle Waffen, die sie besaß, aus Angst, er könnte sich etwas antun. Einige Tage vergingen, als Grants Tante beschloss, ihr Bankkonto zu überprüfen, und plötzlich entdeckte, dass mehrere Abbuchungen von jeweils 100 Dollar an ein unbekanntes Unternehmen vorgenommen worden waren. Sie verfolgte die Abbuchungen zurück und stellte fest, dass Grant ihr Geld auf derselben Website ausgegeben hatte, auf der der Mann jede Nacht stundenlang mit Sylvia sprach, während die Familie schlief. Innerhalb einer Woche hatte Grant die Bankkonten seines Onkels, seiner Tante und seiner Großmutter geknackt, alles für Sylvia. Die Tante rief ihren Bruder an und erzählte ihm von dem gestohlenen Geld. Chad weinte und gestand, dass er wegen seines Sohnes 150.000 Dollar verschuldet war, dass Grant süchtig war und sich weigerte, Hilfe zu nehmen. Er flehte seine Schwester an, keine Anzeige zu erstatten, weil er sicher war, dass sein Sohn im Gefängnis landen würde, wenn sie es täte. Chad versprach, das gesamte gestohlene Geld zurückzugeben. Und inzwischen hatte Grant bereits eine Viertelmillion Dollar für die Frau von der Website gestohlen. Die Eltern erkannten, dass sie sofort handeln mussten. In den Weihnachtsferien 2018, als die ganze Familie zusammenkam, stellte Chad ihm ein Ultimatum. Grant müsse sich in eine Rehabilitationsklinik einweisen lassen, wo er von seiner Familie abgeschnitten sein würde. Grant dachte, sein Vater habe beschlossen, seinen Sohn wegen Depressionen zu behandeln und schickte ihn deshalb in eine Klinik in Fort Lauder Lyle namens Cornerstone. Grant wurde für ein 60-tägiges Entziehungsprogramm in eine Einrichtung eingewiesen, wobei Chad 15.000 Dollar für die Behandlung bezahlte. Während Grant im Krankenhaus lag, begann die besorgte Familie, seinen Suchverlauf auf dem Computer zu durchforsten. Da erkannten sie die wahre Realität seiner Süchte. Nicht nur, dass sein ganzes Geld an Sylvia ging, er hatte der Frau auch seit Monaten Lügen aufgetischt. Cody und Chad beschlossen, Sylvia die Wahrheit zu sagen. Außerdem schickten sie eine Nachricht an die gesamte Gemeinschaft, die sich auf dieser Website um Sylvia dreht. Sie erfuhr, dass Grant ein 29-jähriger arbeitsloser Mann war, der bei seinen Eltern lebte und deren Geld gestohlen hatte, um es ihr zu geben. Chad forderte Sylvia außerdem auf, jeglichen Kontakt zu Grant abzubrechen, und wenn er nach Hause käme, würde ihm jeglicher Kontakt zu ihr untersagt werden. Die Familie erkannte, dass sie das Geld wahrscheinlich nicht zurückbekommen würde, aber sie konnte zumindest weitere Diebstähle verhindern. Leider kehrte Grant zwei Wochen später nach Hause zurück. Er hatte noch nicht einmal die Hälfte seines Programms absolviert, obwohl er darauf bestand, dass er bereits geheilt war. Das war am 5. Januar. Kurz nach Silvester erhielt Grant von seinen Eltern eine Reihe von Bedingungen für das Jahr. Er durfte im Haus wohnen bleiben, wenn er einen Job fand, nicht mehr Stahl und sich mit Sylvia traf. Der Computer wird außerdem jede Nacht aus seinem Zimmer gebracht, um sicherzustellen, dass er sich nicht auf die Website schleicht, während alle schlafen. Es gab klare Regeln für ihn, damit er ein unabhängiges Leben beginnen und das Elternhaus verlassen konnte. Grant wollte das immer noch nicht tun. Selbst nachdem er den Regeln zugestimmt und versprochen hatte, sich einen Job zu suchen, änderte sich etwas in den Gedanken des Mannes, als er erfuhr, dass seine Eltern mit Sylvia gesprochen und ihr die ganze Wahrheit gesagt hatten. Der Mann konnte die Argumente seiner Eltern nicht mehr hören, dass sie sich wegen seiner Sucht verschuldet hatten, dass er eine Fremde über seine Familie gestellt hatte. Es war einfach nicht normal, eine solche Bindung zu einer Frau über das Internet aufzubauen. Jetzt war er mehr als wütend, aber er zeigte es eine Zeit lang nicht. Auch sein Smartphone wurde ihm weggenommen, um die Frau fernzuhalten. Von Zeit zu Zeit bat Grant seine Mutter um das Handy, um Sylvia zu twittern. Margaret hatte Mitleid mit ihrem Sohn und gab ihr das Gerät für ein oder zwei Stunden. Als Chad davon erfuhr, forderte er seinen Sohn auf, seine Sachen zu packen und das Haus zu verlassen, und ein riesiger Skandal brach aus. Am 24. Januar, einem Donnerstag, beendete Cody um 21.15 Uhr im Krankenhaus seine Schicht. Er hatte etwa ein Dutzend SMS-Nachrichten auf seinem Handy, in denen stand, was zu Hause vor sich ging. Er konnte nicht wegbleiben und verließ die Arbeit ein wenig früher. Dann schickte er seiner Freundin eine SMS, dass er für die Nacht zu seinen Eltern fahren würde, um die Sache zu regeln, die passiert war. Cody hätte am Leben bleiben können, aber er wollte seinen kleinen Bruder beschützen. Am Morgen des 25. Januars machten sich Codys Kollegen Sorgen, weil er immer als Erster zur Arbeit kam, eine halbe Stunde früher als alle anderen, und es war seltsam, ihn nicht zu sehen. Sie dachten sich, dass etwas Schlimmes passiert war, und riefen die Polizei an, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung war. Als die Polizei vor Ort eintraf, klopfte sie an alle Fenster und Türen, aber es kam keine Antwort. Das Haus war völlig still, und es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Der Beamte fragte seinen Vorgesetzten, ob er das Haus betreten dürfe, um festzustellen, ob ein Verbrechen begangen worden war. Nachdem sie die Erlaubnis erhalten hatten, zogen die beiden Beamten mit einem Messer den Riegel an der Hintertür zurück und betraten das Haus. Am Fuße der Treppe lag die Leiche von Cody Amato in einer fütalen Position. Der Polizist gab dem Disponenten ein 32er-Signal, was bedeutete, dass er davon ausging, Cody habe sich in den Bauch geschossen. Ein paar Minuten später rief er Signal 7, Chats Leiche lag auf dem Küchenboden. Margarets leblose Gestalt in ihrem Schreibtischstuhl sah aus, als sei sie in einer ungünstigen Position auf ihrem Schreibtisch eingeschlafen. Der Beamte ging näher heran und sah die tödliche Wunde im Gesicht der Frau. Die Polizei zog die Theorie in Betracht, dass Cody Amato das Verbrechen begangen, seinen Eltern das Leben genommen und sich dann selbst erschossen hatte. Aber wo ist Grant hingegangen? Schließlich wohnte er ja auch in diesem Haus. Am 27. Januar, zwei Tage nach dem schrecklichen Vorfall im Haus der Familie Amato, fanden Beamte Grant in einem Hotel in Orange County. Er wurde zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht. Nach außen hin wirkte Grant ruhig. Er erzählte den Beamten von seinem herrischen Vater und seinen ständigen Skandalen davon, dass es ihm verboten war, mit einer Frau zusammen zu sein und von seinen Gefühlen für Sylvia. Er bestätigte, dass Chad am Donnerstagabend wütend wurde und ihn aus dem Haus warf und drohte mit Gewalt, falls Grant jemals wieder hineingehen würde. Grant sagte, er habe am Abend des 24. Januars seine Sachen gepackt und in sein Auto gebracht, über Nacht im Auto geschlafen und sei am nächsten Morgen abgereist, ohne das Haus zu betreten. Nach mehrstündiger Vernehmung hielt Grant es nicht mehr aus und gab zu, dass er das Haus tatsächlich in den frühen Morgenstunden des 25. Januars verlassen hatte. Die Polizei stellte daraufhin die entscheidende Frage, in welchem Zustand sich sein Bruder, sein Vater und seine Mutter befanden, als Grant das Haus verließ und legte dem Verdächtigen grausige Fotos des Tatorts vor. Grant bedeckte sein Gesicht mit den Händen und verlor für eine Sekunde die Fassung. Wem kann man die Schuld geben, wenn man deprimiert ist, eine Menge Geld schuldet und sich mit seinem Vater zerstritten hat? Grant Amato befand sich in einer schwierigen Lage, aber er hatte nichts zu sagen. Da es keine direkten Beweise für seine Schuld gab, durfte er die Wache verlassen und ins Hotel zurückkehren, wo er genau überwacht werden sollte. Am 28. Januar wurde Grant Amato offiziell verhaftet und in drei Fällen wegen einer besonders schweren Straftat angeklagt. Der Prozess gegen Grant begann im Juli. Die Staatsanwaltschaft legte Fotos aus dem Schlafzimmer des Mannes, seinen teuren Computern und seiner Spielausrüstung vor. Alles deutete darauf hin, dass nichts aus Amatos Haus gestohlen worden war und es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gab. Wer auch immer der Familie das Leben genommen hatte, hatte es von innen getan. Aus den Akten geht hervor, dass Grant zunächst seine Mutter erschoss, während sie im Arbeitszimmer saß und dass Chad dann von der Arbeit zurückkehrte. Grant holte ihn mit Schüssen von hinten ein. Cody kam als letzter zu Hause an. Sein Bruder hatte nicht einmal bemerkt, dass seine Eltern nicht mehr lebten. Grant war in diesem Moment dabei, in aller Eile alle Daten von seinen Computern auf einen USB-Stick zu übertragen. Cody unterbrach ihn. Nachdem er seinen Bruder erschossen hatte, verschob Grant die Leichen seiner Eltern, um einen Anschlag zu inszenieren und seinen eigenen Bruder zum Verdächtigen zu machen. Während des Prozesses wurde auch bekannt, dass Grant eine achtseitige Nachricht in Sylvias Forum geschrieben hatte. In dem Brief erzählte Grant die Wahrheit über sich selbst, brachte zum Ausdruck, wie sehr er seinen überheblichen Vater hasste und wie sehr er in die schöne Frau von der Website verliebt war. Der Anwalt des Mannes, der die grausame Tat begangen hatte, versuchte seinen Mandanten als unschuldig hinzustellen. Die Verteidigung wies darauf hin, dass es nicht ausreicht, einen Mann zu verurteilen, nur weil man andere Verdächtige ausschließt und dass es keinerlei physische Beweise gibt, die Grant mit dem Tod seiner Eltern und seines Bruders in Verbindung bringen und dass keine Waffe vorhanden ist. Es gab jedoch auch Dinge, die gegen Grant sprachen. So ergab die Untersuchung, dass er am Tag der Tragödie um zwei Uhr morgens den Fingerabdruck seines verstorbenen Vaters benutzt hatte, um auf dessen Bankkonto zuzugreifen. Er überwies 600 Dollar an eine Website, auf der Sylvia arbeitete, um sein Konto wieder zu aktivieren. Nach achtstündigen Beratungen befanden die geschworenen Grant in allen drei Anklagepunkten für schuldig, seine Familie getötet zu haben. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Als der Richter das Urteil verkündete, zuckte kein Muskel in Grants Gesicht. Er hörte sich alle Anklagepunkte mit steinerner Miene an, als ginge es nicht um seine Eltern und den Bruder, der einmal sein bester Freund gewesen war, sondern um Fremde. Vielleicht wäre die Strafe milder ausgefallen, wenn Grant das Verbrechen an seiner Familie gestanden hätte, wenn er Reue gezeigt hätte, als der Polizist ihm zum ersten Mal die Fotos der leblosen Körper seiner Mutter, seines Vaters und seines Bruders zeigte. Aber Grant leugnete alles. Alles, was ihn interessierte, war, dass er niemals frei sein würde und niemals mit Sylvia, der Frau seiner Träume, die weiterhin im Internet arbeitete, in Kontakt treten könnte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.